Vielleicht finden wir jemanden, der uns anspricht. Ich finde einen Ort, an dem ich kochen kann. Okay, du bist safe drin. Benjamin, dein Haus mache ich. Easy. Hallöchen Carlotta, wie geht's dir? Mensch, lang nicht mehr gesehen, nicht? Ah, wie schön, dich endlich wieder zu sehen. Es wird Zeit für die Arbeit, nicht wahr? Willst du da an die Arbeit gehen? Obwohl du ja schon eine Krone aufhast, musst du eigentlich gar nicht mehr arbeiten gehen. Aber willst du arbeiten? Na klar, ich bin bereit zum Arbeiten. Wunderbar, dann legen wir los. Viel Glück. Heute ist ein wunderschöner Tag, um nochmal einen neuen Kandidaten auszusuchen, mit dem wir uns ein bisschen vergnügen. Indem wir einfach sein Ferienhaus aufbauen. Aber hey, vielleicht finden wir jemanden, der uns anspricht. Ich finde einen Ort, an dem ich kochen kann. Okay. Du bist safe drin. Benjamin, dein Haus mache ich. Easy. Kannst du mir helfen? Ich will ein Ferienhaus. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da vorgehen soll. Dann können wir darüber reden. Klasse. Zeit, den Ball ins Rollen zu bringen. Wei, wei. Wei, wei. Ach so, wenn G wei. Macht schon Sinn, ne? Ich möchte, dass du für dieses Projekt alles gibst. Es wird nicht leicht, aber vielleicht könntest du mir etwas Sinn bekommen. Was ist denn schönes? Dein Kochstudio. Oh, der will eine Fritteuse drin haben. Also, was ist denn das? Schminktisch. Ah, dein Konzept ist gut. Gefällt mir gut. In Ordnung. Nun solltest du noch eine Insel für den Kunden auswählen, Tristan. Aber vielleicht weißt du auch schon... Weißt du das schon? Du kannst denselben Standort wählen, den du vorher schon für Ferienhäuser ausgesucht hast. Das weiß ich schon. Und wir können aber auch andere Ferienhäuser, also andere Stages nehmen. Und ich würde vorschlagen, du, mein Kochkünstler, kriegst die wunderschöne entspannte Insel. Sieht gut aus. Genug Platz zum Trainieren. Oder ich finde es jetzt schon klasse. Nun, Benjamin, wir haben ein tolles Grundstück gefunden. Das solltest du dir heute gleich mal anschauen. Tristan, du führst ihn doch wie immer hin, nicht wahr? Viel Erfolg. Ich werde in der Zeit mir einen Kaffee kochen. Ja, so schnell wie es geht, hast du bestimmt auch den Kaffee schon ausgetrunken, wenn ich wieder zurück bin. Häuser einrichten, bin ich Profi drin. Das ist also mein neues Reich. Wow, mein Puls rast vor Freifreude. Alles liegt nur in deinen Händen. Ich kann es kaum erwarten. So. Es liegt in meinen Händen hier, was draus zu zaubern. Ein Kochstudio will er haben. So. Und ich finde, für einen Koch ist es auch ganz wichtig, draußen was Gemütliches zu haben. Eine Raumtrennung werden wir natürlich auch da drinnen machen, denke ich mal. Aber erstmal müssen wir gucken, ob wir irgendwas für ihn, was wir draußen pinpacken können, machen. Dazu gehen wir mal in den Modus. Ähm, das ist eigentlich ganz gut, dass das in der Mitte ist. Ich würde gar nicht mal umändern. Aber, da er kochen möchte, wäre ganz smart, Sachen anzubauen, ne? Ich würde mal sagen, hier ist es ein bisschen schwierig. So, lass mal gucken. Was können wir denn hier schön nicht machen? Hä? Warte mal. Ich will aber andere Zäune machen. Wie kann ich hier andere Zäune machen? Mit X. Ah ja. Okay. Und zwar würde ich mal hier... ...den Bambuszaun bevorzugen. Warte. Nein. Nein. Was machst du? Ähm. Ich muss es nämlich ein bisschen anders machen. Oh, wir können das Haus sogar umändern. Oh, daran denke ich immer nie, ne? Das ist doch geil. So, und dann dazu eine schöne, helle Fassade oder dunkel eher? Ah, wir müssen mal gucken, ob wir hier was Schöneres finden. Weiß ist, glaube ich, zu hell, ne? Obwohl, das geht. Ich müsste halt nur das Dach auf Weiß machen. Dann würde die Kombination passen schon mal. Wände haben wir jetzt, so. Hoch. Ähm. Türen. Und Deko. Könnten wir eigentlich... So. Oder hier willkommen. Was ganz niedliches. Dann hätten wir das auf jeden Fall. Das ist mir ja nicht mehr aufgefallen, dass wir das hatten. Aber stimmt. Da war was. Okay, lasst mal mir schauen ein bisschen, wie ich das am besten gestalte. So, ich würde es am besten so in etwa gestalten. Hier an der Seite ist dann so sein Strandabteil. Und hier müsste ich denn, wenn alles gut funktioniert. Oh, guck mal, wir könnten hier sogar noch ein bisschen größer machen. Genau. Und dann Sachen ernten, also Erntesachen entpacken. Oh, geht das überhaupt? Schauen wir mal einfach nach. Lebewesen. Lebewesen? Okay. Ja. Doch, funktioniert. Kartoffeln machen wir nämlich nicht. Ein bisschen Kartoffelnbraucher. Den Tomaten. Und was braucht ein Koch noch am besten? Ja. Zwei Karotten. Genau so würde ich das sagen. Zack. Dann hat er so ein kleines Feld. Weil, wie gesagt, wenn er Koch ist, braucht er natürlich auch ein paar Sachen, um die später zu verarbeiten. Ist natürlich jetzt doof, dass die Region ein bisschen ungeeignet dafür ist, um Sachen anzupflanzen. Aber, wir sind ja hier in Animal Crossing. Hier ist alles möglich. Und man kann auch alles anbauen. So, jetzt nochmal eine schöne Hängematte, damit er so auch richtig schön ausruhen kann. Wenn wir überhaupt eine Hängematte haben, ne? Ich muss das jetzt mal überlegen. Ich gelobe nämlich nicht, dass wir sowas haben. Aber ein Sonnenstuhl. So. Dann würde ich schon sagen, gehen wir mal drinnen uns ein bisschen umdekorieren. Drinnen ist sowieso wichtiger, weil, wie gesagt, die Kochnische und alle drum und dran brauchen wir ja auch. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten gestalten. Erstmal gehen wir in den Modus wieder rein. Und ich gucke mal, ob wir das irgendwo erweitern können hier. Ich würde sagen, warte mal, hier in die Breite würde das Sinn machen. Ja. Wir nehmen mal das. Ich will auch mal ein bisschen was unterschiedlich haben. Ähm, was ist das alles? Ach, der Anfangsbereich. Naja, der Anfangsbereich braucht jetzt nicht so krass anders sein. Da können wir ja nicht beim Holz bleiben. Ähm, genau. Und dann würde ich trennen, wenn wir eine setzen. Nur wo genau die waren, weiß ich jetzt ja nicht mehr. Die waren bestimmt hier hinten, oder? Protokoll. Ähm, Raumteiler. Ja, ist sehr gut. Und zwar würde ich einen kleinen Abteil... Ja, hm. Schade, dass es nicht so einen Halben-Raum-Trenner gibt. Dann würde ich eben halt die Hälfte nur als Raum trennen. Also, so die Hälfte machen, damit das nicht so aussieht. Aber die Möglichkeit habe ich leider nicht, was ich schade finde. So. Hier hinten soll ja nämlich der Küchenbereich sein. Und vorne soll ja der Esszimmer, so gesehen, sein. Finde ich das hier eigentlich viel zu viel. Also, so eine kleine Abtrennung ist, glaube ich, in Ordnung. Aber zu viel sollte es auch nicht sein, weil dann sieht es wieder doof aus. Deswegen finde ich ja diese kleinen... Man hat ja so Zwischennischen. Die finde ich eigentlich viel, viel geiler. Vielleicht gibt es die hoch und ich bin einfach nur zu blind. Wenn ihr das wisst, äh, wenn ihr das wisst, bitte gerne mal reinschreiben. Würde mich halt interessieren. Dann würde ich das ein bisschen umändern. So, Kühlschrank. Küchen, Ecke. Halt! Küchen, Ecke. Theke. Kann man mal gucken, ob wir das umdekorieren können. Kleiderbox. Wieso sind hier so wenig Küchenortensilien drin? Ich brauche einen Tisch zum Beispiel. Ich brauche eine Küchen-Nische. Was ist denn hier los? Er will kochen und nicht duschen gehen. Das kann er draußen. Davor hat er mehr. Kann er sich schön duschen gehen hier. Muss ich jetzt selbst nachgucken, ey. Spiel. Nee, nee, nee. Aber so einfach ist das auch gar nicht, so eine ganze Küche zu... dekorieren. So, hier haben wir eine Kühlbox, WC, ja. Haben die die Sachen hier für den Teil, das man aufbauen kann, rausgenommen? Fände ich ein bisschen schade drum. Weil mir fehlt halt diese komplette Küchen-Nische zum Beispiel, wo die drin haben wollen. Aber die scheint hier wirklich nicht mehr drin zu sein, ne? Ohne Witz. Das kann die doch jetzt nicht mit mir machen. Und das sind alles andere, das sind Klamotten. Warum man auch immer Unmengen an Klamotten drin haben möchte. Gut, dann muss ich umdenken. Und zwar radikal umdenken. Ach, du meine Güte. Dann nehme ich doch dieses hier als Tisch. Für den Vordergrundbereich. Also, wir merken uns, Küchen machen ist schwierig in dem Spiel. Ach, das ist ein Reiskocher. Holy. Gut, ich habe an ganz andere Dinger gedacht, ne? Ich dachte nicht an den Reiskocher gerade. So, Erste-Hilfe-Kasten. Die Wände, die könnten wir auch mal ein bisschen umgeändern. Aber ich bleibe auf jeden Fall beim Holz. So, Schlampeer-Teppich. Ne. Oh, I deal in Boden. Hm. Ich glaube, lassen wir so mit Boden und Alm. So, haben wir schon Stühle? Nee, haben wir nicht. So, dann versuch ich erstmal ein bisschen was davon hin zu zaubern, irgendwie. Wie ihr sagt. Schwierig wird's, weil halt viele Küchenorten sind, die ich eigentlich haben wollen würde, einfach fehlen. Warum? Keine Ahnung. Könntet ihr mir auch gerne mal schreiben, wieso jetzt zum Beispiel die Kücheninsel fehlt oder sonst jetzt. Hat es irgendwelchen Hintergrund oder ist es einfach nur... Weil vielleicht Nintendo zu faul war. Die einzubauen. Nee, keine Ahnung. Oh, lol. Ich seh jetzt erst, dass man das Ding umdrehen müsste. Hä, macht aber keinen Sinn. Ach nee, das ist hinten einfach nur offen. Oh mein Gott. Verwirrung. Okay, dann machen wir so. Reiskocher würde ich hier in die Ecke stellen. Dann hier auf jeden Fall den Kochtopf. Und die Mikrowelle. Würde ich auf den Platz hier stellen. Pfanne einfach nur als Authentizil. Kann auch dorthin. Gucke ich mal, ob ich das hier umfärmen kann. In einem weißen Tisch... äh, Stuhl. Kissen weiß, bitte. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann können wir die entfernen. Und die multiplizieren. Machen wir am besten. ZR kopieren. Warte. Da. Ah, die Nische ist so klein, ne? Verdammt. Ich muss doch nochmal eins größer machen. So, dann sieht das wenigstens halbwegs... ...aninehmer aus. Und nicht so voll gepresst. Da hinten passt keiner rin. Ne, da muss man ein bisschen schlanker sein. Stell ich den mal hier hinten hin. Zack. Wenn er reinkommt, ist er ein bisschen zu voll geprobt. Das könnte sein. Hm. Hier fällt mir auch nicht ganz. Oder wir machen das so herum. Pass auf, pass auf. Wartet. Stellen das an eine Wand... ...und würden dort einen Fernseher ranballern. Könnte auch gut sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich würde mal ausprobieren, ob wir hier auch... Also, Fernseher können wir definitiv bauen. Müssen wir halt nur in einem anderen Abteil gehen. Aber dass wir dort dann hin besetzen, ist, glaube ich, ganz... ...gute Idee. Ich gucke mal nochmal, ob wir irgendwelche anderen Sachen noch hinbauen können. Weil, ich glaube, hier können wir noch eine Küchenthee. ...hin machen. So. Dann lasst uns mal schauen. Hier, Einrichtungen. Finde ich ganz gut. Dann würde ich auch hier unten, da wo... ...platz ist, also leer ist... ...andere Kommoden hinmachen. Dann muss ich aber nur mal gucken, ob wir hier was Schönes haben. Ich glaube, die Schränke sind ganz geil. So. Bücherschrank würde ich auch da in der Rille reinpacken. Halt. Halt, 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 halt. Genau so würde ich das machen. Und dann haben wir nämlich hier hinten den Küchenbereich. Dort vorne den Esszimmer, so gesehen. Das Einzelne, was mich halt übelst stört, ist halt diese Eintönigkeit von diesen Farmen. Kann man auch nicht ändern. Also, die sind nicht anfärbbar, leider. Ich überlege, ob ich den hier noch ein bisschen in die andere Farbe mit einbringe. Ne, da ist weiß, glaube ich, der Beste. Wie sieht's mit dem Kühlschrank aus? Schwarz? Wie seien unsere aus? Er gräulich, ne? Silber könnte es sein. Ja, genau. Das ist perfekt, aber den können wir in die Silber machen. Oh Gott. Ne. Ne, ne. Das ist alles doof. Wie gesagt, optimal ist das nicht. Ich würde die Küche an sich umändern. Ganz umändern. Ihr wisst, wie meine Küche aussieht. Von meinem regulären Spiel. Und da gibt's halt viel mehr Möglichkeiten. Als hier. Das kann man nicht ausschließen. So, und ne Toilette brauche keine Rindpacken, Leute. Ihr wisst ja in Sinnau, dass da die Kine Toiletten hingehört. Gut, welche Lampen machen wir? Ne, Japan-Lampe. Ich finde die Japan-Lampen eigentlich immer am schönsten. Wiss ich nicht warum, aber ich finde die echt, echt, echt schübsch. So, und da hat ein bisschen größere Zimmer ist, oder ein größeres Haus, würde ich es hier oben mal hinpacken. Ah, ne Wand, genau. Mann, die Wand, Leute. Hier kann man zwar nicht viel reinmachen, weil das Spiel sagt hier, du kriegst nur einen Lüfter. Aber, da wir ja nicht das Spiel austricksen, also da wir das Spiel ja ein bisschen austricksen, würde ich immer andere Dinge noch hin tun. Das ist die Frage, wie ich das am besten mache. Plus, plus. Genau. So, Einrichtung, Wanddeko, da haben wir die Deko. Sehr gut. Wir können nämlich hier noch ein paar Dinge hinzufügen. Wie gesagt, der 50 Zoll Fernseher, plus eine Wanduhr auf jeden Fall. Dazu haben wir aber irgendwo auch noch, was mir im Hinterkopf war, was auch nicht hier drin ist, so ein, ähm, Besteckset oder sowas, ne? Irgendwas, was war an der Wand. Schlüsselbrett. Kann doch nicht alles sein. Flächendeko. Das ist gar nichts. Eisenwandregal. Asienregal. Können wir das vielleicht so umgestalten, dass es zur Wohnung passt? Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Wie doll können wir das Asienregal umändern? Hm. Hm. Überzeugend ist das jetzt nicht so, ne? Hm. Äh, ne, 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 passt gar nicht rein. Das passt gar nicht rein. Du kommst hier hin. Und die Uhr am Anfang, Eingangsbereich, würde ich mal sagen. Ja, und damit bin ich irgendwie leider schon fertig und bin aber trotzdem nicht so happy drüber. Kann man hier vielleicht noch an der Wand irgendwas machen? Ich werde, glaube ich, was mir einfällt, wir können noch ein bisschen Deko machen. So, also Deko im Sinne von, ähm, ja, Bilder oder auch pflanzliche Begrünung hier. Einfach damit das nicht so trostlos aussieht. Aber dann habe ich gut die beste Etaten für das Haus. Also, wie gesagt, wenn ihr andere Vorschläge habt für das Haus, ne? Ich bin gerne offen dafür. Halt, wir sind noch nicht fertig. Wir haben hier noch ein paar Kleinigkeiten noch zu tun. Oh, damit hätte ich jetzt eine Idee sogar. Kriegen wir das angefärbt auf Silber? Oh, das wäre... Oh, oder weiß. Holy shit. Doch, das ist cool. Das finde ich mega irgendwie. Die Pflanze einfach dort drin gestellt. Ne, keine künstlerische Kochnische. So, dann würde ich sagen, äh, bin ich auch damit recht zufrieden. Huch, ich bin jetzt im falschen Modus. Äh, ich muss mal gucken, wie ich das am besten... Ja, wie ich denn das gemacht, dass ich nur mich gesehen habe. Warte, geht das auch irgendwie? Handkamera, Handkamera. Das ist das, was ich wollte. So, und zwar würde ich das am besten irgendwie so gestalten, dass wir alle drin haben, halbwegs. Genau, machen wir es so. Gut. Wie weit bist du denn? Schon fertig mit dem Ferienhaus? Ja, es ist fertig. Oh, echt? Mein Trainingspalast ist fertig? Du hast alles gegeben. Ich bin total beeindruckt. Wir können ja mal gucken, ob wir noch bessere Shots bekommen. Nö, ähm, ja. Man sieht auf jeden Fall alles. Und dann gucken wir mal, welche, wie wir davon am besten gefallen. Ich muss schon sagen, ich bin begeistert, dass du meinen Traum verwirklicht hast. Du bist der Beste. Jetzt, da die Arbeit getan ist, solltest du dich entspannen und erholen. Erholung ist wichtig. Aber ich möchte gerne noch Fotos machen. Klar, wie Klosbrühe. Nur zu. Aber sag Bescheid, wenn du fertig bist. Weil wir haben ja hier, oh, ich glaube, der hat schon die, also entweder das oder das. Und ich bin ehrlich, hm, ich finde das hier geiler. Oh, ich nur das. So, Schluss für heute. Kein Problem. Gute Reise und hoffentlich bis bald. Na gut, aber mit dem, was ich so jetzt zum Ende bekommen habe, bin ich ehrlich, bin ich recht zufrieden sogar. Es hätte schlimmer ausgehen können. Aber es ist ganz gut geworden. Willkommen zurück. Ich hoffe, alles ist gut gelaufen. Prima, dieses Mal bekommst du wieder 9.000 Pokis. Oh, bald die 10.000. Machst du für heute Schluss oder arbeitest du so ein bisschen länger? Nee, ich mache für heute Schluss. Alles klar, schönen Feierabend. Und das wünsche ich euch, meine, auch, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also bis denne und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.